Und ich habe gesehen, hier gibt es eine Tür. Alive inside. Ja, nicht mehr. Das ist eine Menge Blut. Clementine kommt mit. I can't. I can't think about them in here. Sehen die Leute da draußen für dich okay aus? Everyone out there seemed all right to you. Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Hast du schon was von Glenn gehört? Not in a little while. Gut. I'm gonna keep looking around. Okay. Oh, oh. There's a photo over there. Es sind alle vier. Aber wir haben den Beweis gefunden, ne? Er reißt sich selbst aus. To follow the family owner's place might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were or that you were tied to this place? Nicht wirklich. No. I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy. And the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Dankeschön. Thanks. Don't worry about it. Ja, wer weiß, ob Lee ihn umgebracht hat oder nicht. Der Hinterausgang ist schon mal ganz gut. Der Bettbezug ist ganz schön blutig. Ich hoffe, dass wir hier überleben können. Aber es sieht aus, dass einer der meisten gehört hat. Ich wundere, ob es mein Vater war. Ich versuche, ein Heroin zu sein. Oder zumindest einen Protektor. Ich versuche, sie zuerst zu schützen. Kommen wir da wenigstens schon ran? Ah, okay. Weg mit der... Hm. Weg mit der Palette erstmal. Nach dem Gehstock. Was ist das? Das war mein Vater. Er würde hier aufhören, von Zeit zu Zeit. Was er sick? Nein, er war okay. Ich habe ihn mit dem Schwerp-Lifters gesehen. Und er hat das Ganze geschütztet, das Ort besser als ein Gehstock-Dog ever could. Plus, er wusste, wie es zu machen. Wie du mit dem Gehstock hat. Mein Vater hat es mir gegeben. Ähm, gut, die Schubfächer können wir anscheinend nicht durchsuchen. Na klar. Alles okay? Ja, es ist nicht so schwer. Wie geht es mit allem außen? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay. Okay, hier geht's. Hast du Kinder? Nein. Hast du keine Familie? Ah, lass uns lieber über Sport reden. Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. Alright, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? Oh, was wähle ich denn hier? Können wir so ehrlich zu sein? Ich hoffe nicht, das ist schon kompliziert genug. Ich hoffe nicht, es ist einfach kompliziert. Das ist alles. Warum? Es ist einfach. Aber du liebst sie, oder? Ja, natürlich. Ich habe jemanden getötet. Wir müssen zumindest annähernd ehrlich mit dir sein. Oh. Autsch. Ich habe doch vorne einen Erste-Hilfe-Kasten gesehen. Der wird jetzt helfen. Da ist er. Oh, gut. Sehr gut. Sehr gut. Tada. Wie geht's da drüben? Okay. Es tut immer noch. Gut. Rauf mit dem Pflaster. Schau mal an den Finger. Oh. Es tut. Es tut mir leid. Mal sehen, ob wir etwas über das tun können. Es tut mir leid, wenn ich das mache. Ein bisschen. Nicht zu viel. Du bist sicher? Ja. Hoffentlich ist kein Splitter drin. Gucken wir uns das nochmal an. Gut drauf mit dem Pflaster. Scheint nur ein Schnitz zu sein. Sie werden uns schon finden. Sie werden uns schon finden. Schublade. Okay. Aber wir sollten einen Schubladen halten. Ich habe mein Walkie-Talkie, in case they try that way. Hm. Bleib bis dann an mich, okay? Schublade. Da ist eine Fernbedienung drin. Es ist der Remote zu meinem Vater. Könnten ja mal probieren. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Angucken. Dad told me, he bought that TV to watch baseball in here. But I caught him watching his stories more than a few times. Gucken wir mal. Nichts. Naja. Kommen wir hier denn so rein? Und? Die Chancen sind auf dem Zombie-Zombie-Zombie-Zombie-Zombie-Zombie-Zombie-Zombie. Nein. 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 Er war nicht. Oh. Er war schlecht? Ja. Er war. Das war definitiv. Das war definitiv. Puh. Okay. Dann könnten wir versuchen, den Schlüssel zu bekommen. Oder hat er inzwischen schon... Achso, erst mal fragen, wie es dem Finger geht. Wie ist dein Finger, Clem? Gut. Es tut nicht mehr so viel. Gut. Ich weiß. Ich bin nicht dein Vater. Ich weiß, ich bin nicht dein Vater, aber wenn du nichts brauchst, dann bin ich dein Mann, okay? Okay. Gleichzeitig. Du bist mein Mann? Nein. Du weißt. Wir werden versuchen, uns zu beobachten. Ja. Entschuldigung. Let me know, wenn du nichts brauchst. Okay. Hey da. Das ist Glenn. Und ich bin hier in der Jamm. Ein kleiner Mädchen? Wenn du da bist, kannst du deinen Vater auf dem Telefon oder auf dem Talkie oder was auch. Das ist Lee. Was ist das? So, ich bin da in der Motor Inn und... Well, ich bin stuck. Stuck? Ja, ich habe eine Chance bekommen, um ein paar Supply für die Gruppe zu bekommen. Und ein paar der Romanen haben mich überrascht. Ich bin hier im Hintergrund, aber sie werden nicht verlassen. Was ist das? Glenn ist da in der Motor Inn. Hey, Glenn. Wir werden es überrascht und einen Gruppe zu kommen, okay? All right? Awesome. Ich bin fest, bis dann. Das ist gut. Ich werde das nicht auf das, bis wir Glenn zurückkommen. Okay? Ich werde es gut machen. Was denkst du? Ich denke, Doug ist nicht großartig über Zombies. Und du hast deine Familie hier. Ich werde Carly und ihr Dead Eye nach dem Motor Inn, gehen Glenn, und zurückkommen hier so schnell wie ich kann. Dann würde ich mal sagen, holen wir Glenn mal ab. Wollen wir losgehen? Ja. Über den Hinterausgang, der scheint ja ziemlich sicher zu sein. Und da sind wir schon am Motel. Wow. Noch mal Glück hat. Zwei, drei, vier, fünf, fünf Zombies. Oh, oh. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin bereit, um zu schießen. Leute. Oh, Mann. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Jesus, Glenn. Oh, das war nicht so schwer. Wir können uns rauskommen, bevor wir uns nicht mehr sehen können? Nicht noch. Es gibt ein Survivor, da oben da oben. Nein, wir müssen gehen, jetzt. Ich bin, ich bin da draußen, nach Gas. Und dann, da oben in der Körner Room, ich hörte grünen, die von innen. Wer ist es? Es ist eine Frau. Wir sprachen, und sie hat Angst. Ich versuchte, um sie zu helfen, und sie hat angefangen, um sie zu schießen, und zu sagen, dass ich mich verletzt. Ich versuchte, um sie nicht zu verletzten, und dann kam alle diese Leute aus der Forst. Einige haben mich fast verletzt, und ich bin in der Eis-Machin. Glückwunsch, du. Jetzt gehen wir. Wir können nicht nur sie wegziehen. Das ist richtig, wir können. Ihr seid ein Schwierigkeiten. Über eine Frau. Ich schaffte sie, mit oder ohne dich. Ich schaffte sie, wenn es du warst. Okay, wir gehen uns schafften Glenn's damsel in distress.